2. Start hat geklappt. Melissa Gutschmidt mit einem Superstart. Jetzt ist es Kambunschi, die davonzieht. Accio holt sich Platz 2. 7.03. Die inoffizielle Siegerzeit von Mushinga Kambunschi. Ich setze jetzt mal ein Fragezeichen zur Zeit noch hinter diesen Titel. Das wird sich jetzt zeigen. Und Saraccio mit 7.21. Wieder persönliche Bestleistung. Und somit EM-Ticket bestätigt. Da ziehe ich den Hut nach diesen Emotionen, dass sie das noch...